Es gibt tatsächlich keine unbedenkliche Menge Alkohols. Schon ab dem ersten Tropfen ist das ungesund. Das sind leider die nackten Fakten. Und das sagen die Studien. Man kann ja an der Wissenschaft nicht drehen. Und wenn man sagt, es ist ab dem ersten Tropfen halt auch gesundheitsschädigend, dann ist das leider so. Europa ist ein Zentrum des Alkoholgenusses. Das muss man sich klarmachen. Es ist also nicht normal in der Welt. Das heißt, wir sind schon mal so ein Trinkerkontinent. Und in diesem Trinkerkontinent sind wir auch noch mit die Besten. Das ist nicht unbedingt gut. Dr. Matthias Riedl. Gesünder Leben mit dem aus dem TV bekannten Ernährungs-Doc und Elisabeth Jessen. Die Zeit der Sommerpartys ist vorbei. Jetzt kommt ja schon der Federweiße und in Österreich heißt er Sturm. Und ja, jetzt kommt uns leider eine neue Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung dazwischen. Und zwar zum Thema Alkohol. Und darüber wollen wir heute reden. Ich bin Elisabeth Jessen und begrüße bei mir im Studio Matthias Riedl. Herzlich willkommen. Moin. Ja. Matthias Riedl ist Ernährungs-Doc, ärztlicher Direktor des Medicum Hamburg. Er hat die MyFoodDoctor-App entwickelt und ist außerdem Chefredakteur der Zeitschrift Isst dich gesund. Ja, Matthias, diese neue Empfehlung, die sieht ja ziemlich bitter aus und macht uns irgendwie den Glühwein, der ja auch dann bald wieder schmecken sollte, ziemlich madig. Ja, genau. Die Reaktionen aus der Bevölkerung sind dann auch so entsprechend erstmal Neugierde, dann tatsächlich auch Widerstand. Ich habe in der Bild-Zeitung einen Kommentar gelesen, ich lasse mich hier nicht erziehen, ich lasse mir den Alkohol nicht wegnehmen, Wein hätte ja auch Genussmomente, ja alles richtig. Darum geht es ja der Deutschen Gesellschaft für Ernährung nicht. Kannst du nochmal vielleicht kurz beschreiben, was genau die Empfehlung jetzt besagt? Also, es ist so, es gibt tatsächlich keine unbedenkliche Menge Alkohols, schon ab dem ersten Tropfen ist das ungesund. Das sind leider die nackten Fakten und das sagen die Studien. Man kann ja an der Wissenschaft nicht drehen und wenn man sagt, es ist ab dem ersten Tropfen halt auch gesundheitsschädigend, dann ist das leider so, das ist ja eine Wahrheit. Und daraus bleibt dann der Deutschen Gesellschaft für Ernährung nichts anderes übrig, als zu sagen, okay, wir empfehlen deshalb null Alkohol zu trinken, weil es ist giftig. Es gibt eben keine Menge, wo man sagt, 10, 20 Gramm sind gesund und danach wird es ungesund. Das ist bei Alkohol leider nicht so. Und dazu muss man sagen, vom Hintergrund auch nochmal, wir haben Kosten, direkt und indirekte Kosten durch den Alkoholkonsum von 57 Milliarden pro Jahr. Das ist eine Hausnummer. Da geht Gesundheit verloren und natürlich auch Produktivität. Das ist die Frage, ob man sich das so leisten. Und worum es der Deutschen Gesellschaft für Ernährung jetzt geht, ist nicht einfach, wie der Papst daherzukommen und sagen, das sind jetzt hier die Gebote, die habt ihr einzuhalten. Ja, ich weiß, dass die Deutsche Gesellschaft auch 10 Gebote hat zum gesunden Essen. Das war auch schon mal ganz ungünstig, das so zu nennen, weil das erinnert auch zu sehr wirklich an die Religion. Und so viele wollen dann gar nicht erst sich damit beschäftigen, weil sie mit Religion auch nichts am Hut haben. So, und die 10 Gebote, die wir früher für die Schwimmabzeichen auslenden, ich habe immer beim 8. und 9. Gebot, da war Schluss meistens, aber ich habe es einmal hingekriegt. Ja, das ist halt, und das Gebote, Verbote ruft immer so eine Renitenz hervor und leider ist, nach dem ersten Wundern und Erschrecken kommt jetzt eine Renitenz, Reaktanz nennen wir das, wenn sich die Leute wehren. Ich habe da schon mal dran erinnert an die Wärmepumpen, die Elektroautos, die mit Wucht in die Bevölkerung reingedrängt wurden, Musst und so weiter. Was dabei rauskommt, wissen wir. Also, so soll man das auch gar nicht sagen. Das ist einfach nur eine Information. Und worüber wir ja heute auch reden wollen, ist, wir bewerten das und was machen wir jetzt damit? Und du hast gerade, Entschuldigung, du hast gerade diesen Federweißer erwähnt, es fällt mir heute gerade zu ein, dass ich kein Zuhause habe, wo du das gerade sagst, ich liebe Federweißer, wenn der dann da ist, ich beeile mich den halt auch so schnell zu trinken, dass er nicht so viel Alkohol hat. Genau, und er ist ja auch nur kurzzeitig verfügbar. Jetzt ist halt gerade, September ist halt, Oktober ist so die Zeit, danach gibt es ihn eh nicht mehr. Wir haben das jetzt gerade gehört mit der Reaktanz. Also, bleibt bitte dran, hört uns zu, es wird interessant und man muss nicht sofort aufhören, würde ich denken, weil Matthias macht ja auch keine Verbote. Also, bleibt dran, jetzt geht es nämlich wirklich ans Eingemachte. Also, was passiert mit dem Körper, wenn ich Alkohol trinke? Ja, also die Wissenschaft kennt so an die 200 verschiedene Positionen, die im Körper dann negativ beeinflusst werden, das ist eine ganze Menge. Ich will mal so ein paar davon raussuchen, um es ein bisschen plastischer zu machen. Also, der Alkohol, den wir trinken, der ist dann überall, der geht ins Blut und den merken wir überall, im gesamten Körper, man kann feststellen, mit genauen Hautuntersuchungen, dass er eine besondere Hautfaltenveränderung macht, er macht also eher ein bisschen faltiger. Das hat man mal untersucht über die Woche, wann ist die Haut am wenigsten faltig und da war die sonderbarerweise nicht am Montag am faltigsten, wo man denkt, da habe mich am Wochenende schön ausgeruht, sondern Donnerstag, da war dann der Alkohol von der Woche am Donnerstag gut verarbeitet, die Haut hat sich wieder regeneriert. Und dann kam das Wochenende mit Alkohol und dann war man am Montag in Feinfältelung am auffälligsten, also das war eine Studie. Aber das ist ja Optik. Das ist Optik, genau. Mit Optik kann man ja vielleicht auch leben, wenn man ein tolles Wochenende hatte. Ja, aber mit Optik fangen wir ja immer auch die Leute, wenn wir sagen, ja, ach, ich werde faltiger. Nein, das ist natürlich, will ich nicht. Ja, ja gut, das stimmt. Also, der Alkohol fließt ja auch dann über die Schleimhaut, die Schleimhaut wird geschädigt, die Schleimhaut ist dann einfälliger für das Eindringen von Viren. Da haben wir direkt die Möglichkeit, dass Alkohol krebsfördernd wirkt. Aber wir wissen aus der Statistik auch, dass Magen-Darm-Krebse und insbesondere Brustkrebs bei Frauen, das ist doch eine Motivation, weniger zu trinken, eben dadurch gefördert wird. Wir wissen, dass bei langfristigem Alkoholkonsum der Blutdruck steigt und das ist also eine der großen Bürden der Deutschen. Blutdruck ist eine Allerweltskrankheit geworden. Das ist der dickste Posten an den Medikamenten überhaupt, den wir zu wuppen haben. Dann wirkt Alkohol demenzfördernd und da hört dann der Spaß auch eben langsam auf. Ganz abgesehen von der Bauchspeicheldrüsenentzündung, Nervenschädigung. Es gibt noch viele, viele andere Dinge, wie natürlich haben wir eine erhöhte Unfallgefahr und Alkohol enthemmt ja, dann haben wir mehr Gewalt, mehr Gewalt auch in Beziehungen auf der Straße. Und die, die ist natürlich richtig lebensverkürzend dann, wenn wir da Gewaltopfer werden. Wir haben hohe Arbeitsunfähigkeitsrate durch Alkoholgenuss und am Ende wird das Leben kürzer. Und das muss man sich dann überlegen. Und dann wirkt jetzt plötzlich das, was wir früher immer gesagt haben, ja, ja, die Weintrinker, die leben länger, die Franzosen, schaut mal her, das French Paradox, das französische Paradox. Die werden ja älter als wir, das werden sie, auch immer noch, bedeutend eher. Aber die trinken ja Wein, wahrscheinlich liegt es jetzt am Wein. Nun, das ist eine... Wahrscheinlich liegt es eher am Essen, oder? So, genau. Am gesünderen Essen. Am gesünderen Essen, an der Art und Weise. Wenn ich jetzt also Wein auch eine kleine Menge zum Mittagessen trinke, dann ist das ganz was anderes, als wenn ich davon viel trinke. Obwohl, muss man sagen, die Franzosen haben in den 60er, 70er Jahren sehr viel mehr Alkohol getrunken als wir, als Wein eben überwiegend. Und die sind jetzt auf dem Weg drastisch nach unten. Bei Bordeaux werden schon Weinfelder reduziert. Das stimmt, das habe ich auch gehört. Sag in Österreich so? Nein, aber von Bordeaux habe ich es gehört, dass die dann nicht mehr verkauft kriegen. Die jungen Franzosen, die trinken weniger Alkohol. Und letztlich ist das auch der Weg. Das tut mir auch leid für alle Weinbauern, auch für die Industrie. Wenn jemand tolle Produkte herstellt, also es blutet mir immer das Herz. Das sollen wir auch weiter konsumieren. Über die Menge müssen wir noch sprechen. Weil es ist natürlich dosisabhängig. Je mehr ich davon trinke, desto höher steigt das Risiko. Jetzt ist ja das eine, dass alle Leute immer schlechte Laune kriegen, wenn man ihnen sagt, es gibt eine neue Studie und du sollst kein Alkohol trinken. Oder das wäre die Empfehlung, keinen zu trinken. Viele sind aber bereit, darüber nachzudenken, ob sie vielleicht die Menge reduzieren. Du hast auch gesagt, es gibt keine unbedenkliche Menge, aber wenn du jetzt sagen würdest, was ist denn realistisch? Wenn ich jetzt einen schönen, ich habe noch wunderbaren Cremant gekauft, bei so einem Franzosen kürzlich und habe gedacht, den trinke ich noch schnell, bevor wir uns hier im Podcaststudio treffen. Nicht, dass das an der Studie was ändert, aber dann hätte ich ihn wenigstens schon getrunken und müsste mir keine Gedanken machen, wann ich ihn trinke. Aber es gibt ja schon Anlässe, wo das einfach schön ist. Wenn man mit Freunden zusammensitzt und so weiter, würdest du sagen, dann ist es tolerabel? Ja, und das ist eben die gute Botschaft, über die wir heute auch reden wollen. Wir müssen über die Menge reden und die Häufigkeit. Also tatsächlich empfiehlt natürlich die Deutsche Gesellschaft für Ernährung null Alkohol, aber ich habe mir die Zahlen, weil ich bin ganz schlecht im Zahlenmärkten, nochmal rausgesucht, 27 Gramm pro Woche, muss ich jetzt gleich umsetzen. Ja bitte, da kann ich mir gar nichts vorstellen. Nein, genau. Ich sage es gleich mal in den Gläsern. Ein bis zwei Gläser Wein bzw. ein bis zwei kleine Flaschen Bier pro Woche gilt und das ist jetzt, Zitat, als risikoarm. Damit sind wir jetzt schon mal, darüber können wir schon mal reden. Das heißt, wenn wir jetzt zu so einer Feier gehen, ein bis zwei Flaschen Bier pro Woche, das ist risikoarm und das kann ich auch mal machen. Okay, und jetzt kommen wir aber zum moderaten Risiko. Also das liegt so da drüber, zwischen diesen zwei Gläsern Wein, den zwei Bier, aber dann bis hin zu fünf Flaschen, fünf Gläser Wein und sechs Flaschen Bier. Dazwischen liegt halt das moderate Risiko. Okay. Über sechs Flaschen Bier, über fünf Gläser Wein, da steigt das Risiko stark an. Und das ist ein roter Bereich, da geht die rote Lampe an. Und ich finde, wenn wir in der Gesellschaft, wo der Alkoholkonsum in Europa ist enorm tief verankert. Und deshalb müssen wir uns in Deutschland klar machen, wo ist die Grenze und wo ist es moderat auf verträglich, das ist ein bis zwei Gläser Wein pro Woche. Da würde ich sagen, da haben wir noch grünes Licht und ein bis zwei Flaschen Bier. Das muss auch nicht jede Woche sein. Und dann kann man sagen, dann kann ich auch mit Alkohol noch leben. Ich kann auch feiern, was trinken und meine Güte, Hochzeit. Dann sind es mal vier, fünf Biere. Ja, das habe ich ja nicht jede Woche. Ich erinnere mich, dass uns ein Hörer mal gefragt hat, was ist denn, wenn ich das alles auf dem Mal trinke? Also nicht auf die Woche verteilt, die Menge wäre dann die moderate, die er angesprochen hat, wie ich mich erinnere. Sondern wenn ich das alles an einem Tag trinke. Das ist in Ordnung. Ja, das könnte man nach den Empfehlungen so machen. Man kann also seine zwei Bier, heute ist Samstag, heute trinke ich zwei Bier. Ich rede von den sechs, die ich in der Woche trinken könnte mit einem moderaten Risiko. Also abgesehen davon, dass ich dann vielleicht auch betrunken wäre. Da ist man betrunken. Ja, ich bin kein Bier trinke, ich weiß es nicht. Doch, doch, also sollte man eigentlich. Man sollte dann auch betrunken und angetrunken, gut angetrunken sein. Wer das so locker wegsteckt, der muss sich fragen. Der hat ein Problem. Der hat eine Enzyminduktion. Das heißt, die Leber, die ist so richtig in Fahrt, die baut das ab. Die Leber baut das ja vordringlich ab. Baut es übrigens in Acetat ab. Und das wiederum vermindert den Fettabbau. Das ist auch noch eine Nebenwirkung vom Alkohol. Man wird dicker dadurch. Ja, hat ja auch viele Kalorien, der Alkohol. Genau, hat auch noch viele Kalorien. Und vor allen Dingen, der Alkohol senkt auch noch mal den Blutzucker. Das kann den Appetit zusätzlich noch ankurbeln. Also letztlich, wer abnehmen will, für den ist Alkohol sowieso keine gute Idee. Alkohol senkt den Blutzucker? Ja, Alkohol senkt den Blutzucker. Das klingt ja wiederum eigentlich nicht so verkehrt. Hier könnte man denken. Ist nicht so? Ist nicht so. Es wirkt aber nicht Diabetes entgegen. Schade. Insulin spritzenden Diabetikern wird das häufig zum Verhängnis. Da ist es nicht gut, gerade bei Typ 1 Diabetikern. Wenn die sich betrinken und vielleicht eine Nacht getanzt haben, junge Leute, und dann noch das Insulin in der Nacht senkt und dann auch noch der Alkohol im Blutzucker zu sich senkt, dann landen die im Rahmen einer solchen Alkoholnarkose in einer schweren Unterzuckerung und dann können sie sterben. Das liest man leider immer wieder, dass sowas passiert. Ja, das ist passiert. Okay. Jetzt hast du gerade die Leber erwähnt. Wenn ich jetzt dem Körper Schonung gebe und mal eine Zeit lang auf Alkohol verzichte, was ja viele in diesem Dry January, da haben wir noch ein bisschen hin, liegt erst mal Herbst und Winter vor uns. Wenn ich darauf verzichte, regeneriert sich der Körper wieder? Regeneriert sich ein Organ wie die Leber wieder? Unbedingt. Die Leber ist unser zentrales Stoffwechselorgan, aber sie ist eine wenig Nachtragende. Sie erträgt viel, sie kann sich auch regenerieren. Es ist so, wenn man den Point of No Return nicht erreicht hat, das heißt, es bildet sich dann das Lebergewebe zurück, es wird Fett eingelagert und später finden auch entzündliche Prozesse statt und das Endstadium wäre dann natürlich eine Leberzirrhose. Und dann eben ganz stark eine Einschränkung der Leberleistung. Und damit geht dann auch am Ende eine Einschränkung der geistigen Funktion einher. Man hat mal festgestellt, bei dementen Menschen hat man einmal geguckt, wie geht es der Leber? Und festgestellt, bei jedem zehnten Dementen ist die Leber schwach. Die hat eine Leberschwäche. Und das zeigt nochmal die Bedeutung auch der Leber für das Gehirn. Wir müssen uns mehr so als ein System, also eine Kette von Systemen vorstellen, die alle ineinander greifen. Dann kann ich sagen, ist jetzt die Leber krank? Ja, auch das Gehirn leidet. Auch die Nieren leiden, der ganze Körper leidet. Das ist eben wichtig. Also die Leber kann sich regenerieren, wenn man es nicht übertrieben hat. Man wird fitter, man wird wacher, die Laune bessert sich, die Haut wird auch besser. Das ist tatsächlich messbar gewesen. Und ganz wichtig, das habe ich vorhin noch nicht mal erwähnt, der Schlaf wird besser. Alkohol, das kann man mal, wie ist es bei dir? Weiß jeder, ja. Ich trinke nie so, dass mir übel wird. Das kann ich nämlich schon gar nicht leiden. Aber natürlich schlafe ich besser, wenn ich nicht getrunken habe. Ganz genau. Also man schläft vielleicht noch ganz gut ein, aber ich wache dann auf. Nee, man wacht auf und es ist ein unruhiger Schlaf. Ich war gestern auf der 10-Jahres-Feier der NDR Ernährungs-Docs und dann wird mir dann ein Glas Sekt angeboten und es ist ja auch ein Anlass, mal anzustoßen. Und ich habe überlegt, du hast jetzt so eine anstrengende Woche gehabt, du wirst aufwachen nachts, wenn du jetzt diesen Sekt halb trinkst. Das reicht bei mir schon. Nee, im Glas kann ich schon trinken, aber... Bei mir ist die Toleranz sehr, sehr gering. Okay. Sehr gering. Ich habe es dann gemacht und bin natürlich auch aufgewacht und schlecht geschlafen. Ich finde immer gut, wenn ich Auto fahren muss, wenn ich eingeladen bin, weil dann komme ich einfach schneller nach Hause und dann trinkt man ja nicht und dann ist man natürlich auch schön fit am nächsten Morgen. Das ist das Allerbeste, wenn man gar nicht trinken kann. Welchen Einfluss hat der Alkohol denn auf die Lebenserwartung? Du hast ja jetzt gerade beschrieben, auf welche Organe, dass er eigentlich auf den ganzen Körper Einfluss nimmt, schädlichen Einfluss. Aber kann man das auch messen, dass Trinker einfach sehr viel früher sterben? Also das ist tatsächlich auch sehr stark dosisabhängig. 100 bis 200 Gramm Alkohol, das wären dann so anderthalb Gläser Wein. Senken, wenn man es dauerhaft trinkt, die Lebenserwartung um sechs Monate. Gehen wir gleich mal zum Maximum. Das geht recht schnell dann nach oben. Wenn man über 350 Gramm Alkohol pro Woche trinkt, das wären dann zwei große Bier am Tag. Das ist ja für manche auch schon realistisch. Dann verkürze ich das Leben schon um vier bis fünf Jahre. Das ist also schon beachtlich. Und was das dann sein wird, ob es ein Unfall ist oder ob es Krebs ist, das muss man dann schauen. Eine wichtige Sache, wo man sagt, darum lohnt es sich wirklich drüber nachzudenken. Das ist, dass Alkohol das Risiko für Vorhofflimmern erhöht. Da wirkt es eben nerventoxisch, auch kardiotoxisch, auch herztoxisch. Und dieses Reizleitungssystem sind ja auch Nerven mit bei. Und Vorhofflimmern vermindert sofort die Herzleistung um 10, 20 Prozent oder mehr. Das merkt man auch, wenn man das hat. Und es steigt das Risiko für Schlaganfälle. Und damit, das ist dann wirklich eine ganz ärgerliche Sache. Eine Freundin von mir hat das jetzt neulich gehabt, die ist noch gar nicht so alt, Mitte 50. Das kommt bei ihr sicherlich nicht, das hat andere Gründe. Das gibt ja auch genetische Gründe, auch in der Familie. Aber das ist eine Sache, wo ich dann großen Respekt davor habe. Diese Herznebenwirkung, das ist etwas, was dann auch schon in der Lebensqualität nagt. Und das Risiko eben erhöht zu sterben. Jetzt hast du gerade eine Freundin erwähnt, deshalb komme ich auf die Frauen. Man sieht ja doch im Stadtbild deutlich mehr betrunkene Männer. Wie verhält das sich beim Trinken bei Männern und Frauen? Das ist auch das, was hier mein Eindruck auch so. Und dann habe ich mal geguckt, wie sind denn die aktuellen Zahlen? Und da muss ich sagen, da stehen die Männer wirklich ganz schlecht da. Tatsächlich ist es so, dass 3,4% der Männer alkoholabhängig sind versus 1,4% der Frauen. Das ist deutlich besser. Und das kommt jetzt. Ein kritisches Trinkverhalten hat jeder dritte Mann. Ein kritisches Trinkverhalten. Das sind natürlich auch Zahlen, wo man sagen muss, wir müssen über Alkohol reden. Wir können nicht zur Tagesordnung übergehen. Wir müssen was tun. Und nur 9% der Frauen. Also die Frauen gehen mit Alkohol sehr viel vernünftiger. Sie sind weniger abhängig. Und wer das mal testen will, die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung hat einen kleinen Test, wo man mal seine Trinkgewohnheiten eingeben kann, um festzustellen, ob man ein Problem hat mit dem Alkohol. Das würde ich dann mal empfehlen. Und ein Problem hat Deutschland. Das muss ich vielleicht auch nochmal sagen, weil das ist erschreckend. Wir liegen ja beim Alkoholkonsum beim Doppelten des Weltdurchschnitts. Und es sind für Deutschland 12,2 Liter Alkohol pro Jahr. Reiner Alkohol. Ja, reiner Alkohol. Die Südeuropäer 9,2. Also deutlich besser. Die Weintrinker da unten, die übrigens auch alle länger leben. Ja, man sieht aber auch, wenn man zum Beispiel in Italien ist, deutlich weniger betrunkene Menschen. Ja, genau. Oder in Spanien oder in Portugal. Weil die kippen sich nicht so zu. Nein, es ist ein genusshafter Umgang mehr zum Essen. Auch mal bei Geselligkeit. Und hier in Deutschland pichelt man sich wirklich auch vielfach zu. Auf Weinfesten sehe ich das manchmal. Und denke ich, das ist ja gut. Hast ja schon genug getrunken. Und die Osteuropäer, wo wir immer früher gesagt haben, naja, die trinken ja immer die harten Sachen, tun sie auch. Das ist ihre Tradition. Die liegen knapp unter uns bei 12,2. Gut, da ist der Unterschied jetzt auch nicht ganz so groß. Aber wir sind schlechter als die Osteuropäer. Das ist die Aussage. Ja, Frauen kommen damit viel besser klar. Das stimmt so. Und Frauen sind in der Sache auch in vielfach in der Ernährung ja auch immer ein Vorbild für Männer. Aber sie kommen zwar besser klar, weil sie weniger riskantes Trinkverhalten haben. Aber wenn sie trinken, dann fährt es bei denen mehr ein als bei den Männern. Oder schneller, oder? Weil die Menge, die Frauen trinken können, doch immer geringer ist. Es ist so, Frauen sind a kleiner, dann haben sie eine ganz andere Enzymausstattung. Das heißt, der Alkohol, der getrunkene Alkohol wirkt bei ihnen dann eben auch noch gravierender. Das ist der Nachteil, den Frauen haben. Das ist so Gendermedizin. Darauf muss man also Rücksicht nehmen. Frauen haben eben deutlich aufgeholt. Warum jetzt Frauen mehr trinken? Wahrscheinlich haben sie ja auch mehr beruflichen Stress und sind auch Karrieredingen ausgesetzt. Familie, diese ganzen Belastungen des Alltags ist ja nicht ohne. Das stimmt. Och, meine Kinder sind erwachsen. Ich habe einen liebevollen Mann. Aber du weißt, wie das ist. Ja, ich weiß, wie das war. Aber ich bin so ein Genusstrinker und kein Gewohnheitstrinker oder Trinkerin. Und dahin muss man es auch bringen, Genusstrinken. Und das ist auch was, was ich auch, glaube ich, nach unserem Podcast heute nicht aufgeben will. Aber ich trinke wirklich sehr maßvoll. Richtig. Aber dann gern. Also und dann halt auch nur schöne Sachen, so Cremant, schön Weißwein, sowas. Das darf man. Ja, schön. Und es kommt mir auch darauf an, einfach, dass wir die Menschen, die im Hochrisikobereich sind, dass wir die in den Risiko-Ambereich runterkriegen. Und es geht nicht darum, das darf nicht falsch verstanden werden, alle zu Abstinenzlanden zu machen. Okay. Das kriegen wir kulturell ja gar nicht so schnell hin. Kriegen wir nicht hin. Nee, nee, wir haben so tolle Weinbaugebiete in Deutschland. Also das, darum geht es ja immer. Du sagst ja auch immer, die Dosis ist das Gift. Und mit der Dosis haben halt manche Leute ein Problem. Ganz genau. Nochmal, Frauen, wenn die gerne Kinder haben möchten, hat das einen Einfluss auf die Fruchtbarkeit, wenn sie trinken? Ja, es vermindert die Fruchtbarkeit und das eben auch dosisabhängig. Frauen, die viel trinken, haben quasi damit eine leicht empfängnisverhütende Wirkung. Das will ich jetzt nicht als Empfehlung verstanden wissen. Aber es ist tatsächlich so, Alkohol beeinträchtigt halt viele Körperfunktionen bei uns und macht den Organismus tatsächlich anfälliger. Ja, und auch weniger leistungsfähig. Das betrifft auch die Fortpflanzung, ist sehr empfindlich. Wir haben in einer früheren Folge auch schon mal drüber gesprochen, dass es ja immer noch Frauen gibt, die trinken. Wir haben in Hamburg das Fachzentrum, die wirklich auch die Folgen dann sozusagen sehen, wenn Mütter doch getrunken haben, weil die Kinder Behinderungen kriegen. Und die auch davor gewarnt haben, so wie du auch. Auch wer Kinder möchte oder schwanger werden möchte, sollte einfach die Finger komplett, nicht nur sollte, muss, muss die Finger weg vom Alkohol haben. Und zwar schon bevor man schwanger ist, damit man es eben auch werden kann. Genau, kein Tropfen. Und dann absolut. Ja, das ist total wichtig. Ich habe mich auch gefreut. Du hast darüber auch redaktionell im Hamburger Abendblatt auch nochmal darüber berichtet. Jetzt habe ich gesehen, stand dein Name dabei. Das ist dir auch ein besonderes Anliegen, mir auch. Und ich habe neulich auf einem Sommerempfang auch die Kollegen vom FASD getroffen. Wir haben auch darüber nochmal gesprochen, dass wir das mehr in die Gesellschaft reinbringen müssen. Und mir ist da auch nochmal bewusst geworden, vielleicht muss man auch nochmal ganz plastisch sagen, was denn dabei passiert. Denn die Kinder werden kleiner, der Kopf wird kleiner und das Gehirn, und das ist das Schlimme dabei, das kommt geschädigt zur Welt. Jetzt muss man aber nochmal weiter runterbrechen. Was heißt das? Was heißt das für uns? Was heißt das für das Kind? Was heißt das für Gesellschaft? Und ich habe das mal mir hier aufgeschrieben und dann möchte ich, dass jeder sich mal ein Bild entwickelt davon. Es kommt zu Lernschwierigkeiten, zu Impulskontrolle, zu unangemessenem Verhalten, zu Hyperaktivität und der Unfähigkeit aus Fehlern zu lernen. Und ich muss mal sagen, wer das einem Kind aufbürdet, der macht es zu einem Störfeld in der Gesellschaft. Und wenn wir in der Zeitung manchmal so lesen, die außer, sag ich mal, aus allem Rahmen fallen, die dann delinquent werden mit 10, 20, 30, 40 Delikten. Und das sind nicht selten auch Kinder, die eine Hirnschädigung haben durch den Alkohol. Und nochmal ganz konkret, statistisch sitzt in jeder Klasse einer und das ist einfach viel zu viel. In der Schule einer wäre auch noch zu viel, aber das können wir den Kindern nicht antun. Und wir haben Schätzungen in Deutschland von 10.000 bis 15.000 Betroffenen und 500 für Hamburg. Also 500 im Jahr, die hier geboren werden mit so einer Schädigung. Das ist wirklich was, was mich auch wirklich nachhaltig erschüttert. Und es ist kein Problem, was es nur in bestimmten Gesellschaftsschichten gibt, sagen jedenfalls diese Experten. Sondern das ist etwas, was durch alle Gesellschaftsschichten sich durchschlängelt und es ist einfach noch nicht bei allen angekommen. Also da können wir nur wieder appellieren, null Alkohol in der Schwangerschaft. Genau, wir müssen tatsächlich, und das finde ich auch gut von der Deutschen Gesellschaft, wir haben den Alkohol jetzt mal auch diskutiert. Wir müssen ihn auch diskutieren, wir müssen unser Verhalten korrigieren. Wir haben verschiedene Mal in Deutschland auch Korrekturen gemacht bei riskantem Verhalten, beim schnellen Autofahren. Da haben wir es ja auch, Anstaltpflicht, Tempo 120, überall die Verkehr. Aber beim Alkohol haben wir freie Fahrt. Ja, und was müsste denn da passieren? Weil bei Zigaretten hat es ja auch funktioniert. Das Werbeverbot, man darf drinnen nicht mehr rauchen. Also niemand wird verbieten, drinnen zu trinken. Aber was müsste passieren, sagst du, dass man ein Bewusstsein, dass man mehr Bewusstsein schafft? Also häufig geht es ja auch über den Preis. In Norwegen und Polen ist das ja schon mal gut gelungen. Wobei die Betrunkensten sind immer die Schweden, wenn man Skifahren geht zum Beispiel. Wo das ja sehr, sehr teuer ist, wenn man was zu trinken kaufen will. Die fangen im Ausland erstmal an zu trinken. Ja, genau. Weil es finanzierbar ist. Tatsächlich, diese fast 60 Milliarden Euro, die der Alkoholkonsum uns kostet, die müssen wir refinanzieren. Und das finde ich immer, ich finde immer, an der Ursache gucken, eine Steuer auf das erheben, was teuer ist. Und wenn es die Gesellschaft schädigt, dann muss es einfach teurer werden. Dann müssen die realen Kosten durch den Konsum auch gedeckt werden. Das ist mehr als fair, als wenn es der allgemeine Steuerzahler insgesamt trägt oder der Beitragszahler bei der Krankenkasse. Das geht nicht. Und dann müssen wir die Alkoholflaschen tatsächlich auch mit Informationen versorgen. Einmal muss ganz klar drauf sein, die Schwangere durchgestrichen darf nicht trinken. Das ist ganz wichtig. Und wir müssen aufklären, wir müssen darüber reden. Das wünsche ich mir natürlich auch vom Bundesgesundheitsminister. Das Thema auch ein bisschen, der Bundesgesundheitsminister ist derzeit ein bisschen monokausal unterwegs mit den Blutfetten. Ich weiß, ja. Also als gesundes Herzgesetz. Ich will mich damit nicht vertiefen. Aber Ernährung, da gehört der Alkohol auch mit zu, ist einer der wichtigsten Lebensverkürzer. Und wenn ich mich jetzt auf die Cholesterinwerte beschränke und dann sage, hohe Cholesterinwerte, die senke ich mit Blutfetten. Und zwar schon bei den Kindern und Jugendlichen. Ja, da stehen mir die Haare zu bergen. Ja, das dachte ich mir. Genau. Und ich hätte mir von Karl Lauterbach eben einfach ein gesundes Ernährungsgesetz gewünscht mit einer verlässlichen Bezahlung der Ernährungstherapie. Das ist ja immer noch eine Antragsleistung, leider. Ja, stattdessen hat er da mit diesem Gesetz alle Ärzte schockiert, die zwar sie tapillen vom Gesundheitsminister direkt, das ist eine Sache, die gab es noch nie. Und die Ursachen haben wir mal wieder ausgeklammert. Also wir müssen darüber reden, wir müssen Deutschland gesünder ernähren lassen und dazu gehört eben auch Alkohol weniger zu trinken. Das müssen wir aufklären, das muss in die Schule, das muss den Eltern klar gemacht werden. Es geht halt nur über Aufklärung und nicht über Druck. Und es muss ein bisschen teurer werden. Es ist ein Luxus, es ist ein Genuss und der darf auch was kosten. Ja, aber solange man irgendwie so Fusel im Supermarkt für drei Euro kaufen kann, glaube ich. Oder wenn ich irgendwie im Restaurant bin und das Bier genauso teuer oder günstiger ist als das Wasser. Solange ist noch viel Aufklärungsarbeit nötig. Richtig, genau die Mehrwertsteuer vom Wasser muss weg. Das geht ja gar nicht. Wasser muss immer billig sein und finde ich halb so billig. Ja, haben wir auch schon öfter echauffiert darüber und ich kann auch nicht aufhören, weil ich es unfassbar finde. Herzlichen Dank. Also ich werde mein Cremant trotzdem trinken, aber mit Freunden und mit Genuss. Das darfst du auch, in Gesellschaft. Danke. Also ich habe wieder die Sanktionierung, wie sagt man da, wie heißt es in der Kirche? Du hast den Segen. Genau, als Katholikin. Ich habe den Segen von dir, ich darf das. Ja, ja, genau. Und ich mache das maßvoll. Die aktuelle Studie und was der Ernährungsdoktor von Her. Du hast uns sicher wieder eine Studie mitgebracht. Ja, also ich habe hart mit mir gerungen. Ich hatte eigentlich die Studie rausgesucht, die wichtigsten Demenzursachen, da war übrigens Alkohol auch dabei. Aber ich habe jetzt was anderes genommen. Wir reden ja, Alkohol ist ja ein Getränk und was sollen wir trinken? Genau, was sollen wir denn immer trinken, wenn Alkohol nicht geht? Immer nur Wasser ist ja langweilig. Genau, es geht uns um Genuss. Und ich habe tatsächlich, ich trinke gerne auch Kaffee, Espresso ist meins. Und da ist ja viel geforscht worden. Es gibt jetzt eine schöne neue Studie, die ist in Orlando, in Florida präsentiert worden bei der internationalen Alzheimer-Konferenz jetzt in diesem Jahr. Und die Kollegen haben dort auf der Konferenz bekannt gegeben, ja, Kaffee ist gesund und vermindert den kognitiven Abbau, lässt uns also länger wach bleiben. Also nicht nur wach bleiben im Sinne von, dass ich jetzt nicht einschlafe, sondern auch geistig ganz genau. Aber, und das ist jetzt der Nachteil, diese Empfehlung gilt nur bis drei Tassen. Danach beginnt tatsächlich der Nachteil zu überwiegen und da fördert, also ein hoher, ein höherer Konsum als eben die drei Tassen am Tag, fördert den kognitiven Abbau. Das ist sozusagen eine gemischte Nachricht. Wir haben so in Deutschland ja einen mega Kaffeekonsum von 167 Litern. Deutschland, das ist richtig viel, Deutschland ist wirklich ein Kaffeetrinkerland, eines der beliebtesten Getränke überhaupt. Nun, was es genau macht, das wissen wir nicht genau. Im Kaffee sind ja sekundäre Pflanzenstoffe auch enthalten und sekundäre Pflanzenstoffe sind Gifte. Für manche Tiere sind sie giftig, für manche Tiere nicht, für manche sind sie förderlich. Und da kommt es immer, wie das bei Giften so ist, auf die Menge an. Und im Gegensatz zu Alkohol hat Kaffee eben einfach eine Schwelle, bis dahin ist es gesund und danach wird es ungesünder. Auch hier würde man sagen, ja, wir müssen den Kaffeekonsum, wenn wir uns richtig optimal gesund ernähren wollen, ein bisschen im Zaume halten und ja, zwei, drei, maximal vier Tassen, das wäre dann noch gut. Und wenn ich gar keinen Kaffee trinke, weil ich mag ihn nicht, dann ist es dann ungesund? Ja, genau. Nein, ungesund nicht, aber tatsächlich hast du dann diesen förderlichen Effekt auf deine Gesunderhaltung des Gehirns nicht. Das ist irgendwie jetzt blöd. Ja, nee, aber du kannst auch Sport machen, es gibt noch viele andere Dinge. Ich biete dir jetzt was an. Das haben die nämlich da auch bei der Konferenz gesagt. Die haben gesagt, so, beim Kaffeekonsum ist das so, beim Teekonsum ist das nicht so. Genau, und da haben wir jetzt ein Angebot. Tatsächlich ist es so, beim Tee ist es ein anderes Muster. Ich muss immer dazu sagen, es sind immer Beobachtungsstudien. Man guckt sich Leute an, die viel davon trinken und davon und dann vergleicht man, wie sind die geistig drauf. Und beim Tee ist es eben so, da ist der höhere Konsum nicht mit einem verschlechterten kognitiven Muster verbunden. Und die sagen so, natürlich brauchen wir jetzt randomisierte Studien, wo man direkt verblindet und guckt, eine Vergleichsstudie und Placebo kontrolliert am besten noch. Aber das ist in den Studien deutlich. Die sagen, beim Kaffee haben wir ab vier Tassen einen Rückgang der fluiden Intelligenz, so nennen die das, beim Tee nicht. Aber habe ich denn beim Tee auch einen Zuwachs für meine Birne? Ja, tatsächlich ist es so, wir haben eine Förderung des Erhalts der geistigen Leistung. Und welche Gründe das hat, das mag sicherlich auch eine gewisse anti-entzündliche Wirkung beim Tee dabei eine Rolle spielen. Deshalb können wir beim Tee gut zugreifen, schwarzer Tee, grüner Tee. Da bin ich jetzt aber schon sehr froh, das kannst du mir glauben. Und wahrscheinlich noch einige, die uns zuhören und zuschauen auch, die vielleicht auch nicht so die ausgeprägten Kaffeetrinker sind. Gut, herzlichen Dank. Ja, es gibt immer Licht und Schatten bei der Ernährung. Und du merkst auch, bei der Ernährung gibt es immer mehr Klarheit und immer deutlicher. Wir sind aus dem wabbeligen Bereich heraus und können ganz klar sagen, das ist gut, das ist nicht gut. Wobei man auch hier wieder sagen muss, ich weiß schon, wer sich jetzt die Studie genau anguckt und die Empfehlung, der sagt dann, ja, ja, aber es sind Beobachtungsstudien, ja, aber es ist der aktuelle Stand. Und ich finde immer, wenn wir den aktuellen Stand versuchen, unser Leben umzusetzen, ist das besser, als wenn wir es nicht beachten. Absolut. Sprechstunde beim Ernährungs-Doc Wir haben jetzt wieder ein paar Fragen von Hörerinnen und Hörern. Nee, tatsächlich haben wir heute mal Hörerinnen, die drankommen. Ja. Und zwar hat Nancy uns geschrieben, die unsere Folge zum Xylit und Zuckerersatzstoffen gehört hat, die wir letztens hatten. Und sie hat das Thema Allulose vermisst. Ich habe mal ganz kurz gegoogelt, was das überhaupt ist und habe dann festgestellt, das ist gar nicht erlaubt in der EU. Also warum haben wir nicht über Allulose gesprochen? Ja, ja, genau, genau. Also, Allulose wird in größeren Mengen nicht von jedem gut vertragen. Es kann Magen-Darm-Beschwerden auslösen. Das machen alle Zuckeralkohole eigentlich. Das ist so ein gemeinsames Merkmal davon. Und in Studien gibt es Hinweise darauf, dass es zur Gewichtsreduktion beitragen kann. Ich muss aber sagen, aus dem Verlauf der bisherigen Süßmittelforschung und Zuckerersatzstoffe bin ich sehr, sehr enttäuscht von den bisherigen Ergebnissen. Und es ist sicherlich auch im Interesse der Nahrungsmittelindustrie immer mal eine neue Sau durchs Dorf zu treiben und auch günstigen Zuckerersatz mal wieder auszuprobieren. Aber bevor wir sowas eben ins Essen mischen, da sollten wir tatsächlich erstmal lernen, mit unserem Zuckerkonsum richtig umzugehen. Ich empfehle da auch mal einfach, wir haben im Internet deswegen auch zum Beispiel in Zusammenarbeit mit eSmarter so einen Zuckerkurs gemacht, wo man lernen kann, wie gehe ich mit Zucker besser um. Das ist mir lieber, als nach immer weiteren Zuckerersatzstoffen Ausschau zu halten, weil ein hoher Süßkonsum, der stumpft uns ab und wir konsumieren eben auf Dauer doch immer noch zu viel Zucker. Es ist nicht der Weg. Stoppsel Sackgasse. Gut. Beatrix hat auch noch eine Frage zum Zucker und zwar zum Kokosblütenzucker, der ja häufig als gesündere Alternative zu herkömmlichem Zucker empfohlen wird. Und sie würde gerne wissen, wie sie zu diesem Süßungsmittel, was ja ein natürliches Süßungsmittel ist, stehen. Und gibt es gesundheitliche Vorteile im Vergleich zu anderen Zuckerarten? Also, der glykämische Index, also die Fähigkeit den Blutzucker zu steigern, ist deutlich geringer als bei Haushaltszucker. Aber der ist jetzt nicht so gewaltig. Es handelt sich da immerhin noch um einen Zucker, der in der Lage ist, den Blutzucker zu steigern, aus natürlicher Quelle. Aber es gibt da nicht so viele Studien, die, wenn wir sowas auch in größerer Menge zu uns nehmen, sagen, ja hier, da kannst du jetzt drauf ausweichen. Deshalb, auch das ist eben keine, man kann es verwenden, aber es ist keine, wo ich jetzt sage, Leute, nehmt jetzt Kokosblütenzucker. Ich habe mal vorübergehend gedacht, damit kann ich das dann, also damit ersetze ich den Zucker, bis ich das auch dann mal so gehört habe und dann habe ich das ganz gelassen. Ich glaube, es ist immer so ein Missverständnis, denke ich, Haushaltszucker, mei, die nehme ich ja mal, die ist natürlich. Ja, genau. Ja, ja, genau. Beatrix hat noch eine zweite Frage, es geht nochmal um Blutzucker und zwar hat sie gehört, dass Hafermilch den Blutzucker durch den Maltose-Gehalt stark ansteigen lässt. Und da würde sie gerne wissen, wie sie das beurteilen. Ist das problematisch? Ja, natürlich ist das problematisch, genau. Also für alle, die ihren Blutzucker im Griff behalten müssen, also jetzt Diabetiker oder Menschen, die das davor stehen, Diabetes zu bekommen, ist das nicht gut, das ist richtig. Und tatsächlich, wenn der Maltose-Gehalt in der Hafermilch hoch ist, dann kann der Blutzuckerspiegel tatsächlich stärker ansteigen als bei anderen Milchalternativen. Das sind eben die Krux, man muss immer genau reingucken, was ist da drin und manche Barista-Hafermilch hier enthalten eben dann noch mehr Zucker. Auch da nochmal reingucken, es ist halt so, die Industrie ist halt so pfiffig, weil so Barista-Milch, die schäumt halt so schön, aber der Zuckerhalt ist höher, Maltose-Gehalt. Also dann lieber Vollmilch oder eine andere Pflanzenmilch? Ja, oder eine Sojamilch, genau. Also immer auf die Zusammensetzung drauf achten, eine Pflanzenmilch ist nicht immer automatisch gesund, manchmal ist vielleicht sogar Milch eine gute Alternative. Und bei Maltodextrin, das fällt mir jetzt gerade ein, das ist eine Studie, die müsste ich auch nochmal präsentieren, bei Maltodextrin ist es so, dass tatsächlich auch zusammen mit Sucralose, dem Süßstoff, tatsächlich eine appetitsteigernde Wirkung entstehen kann. Also das ist so, es ist immer unser Essen ins Künstliche zu verlagern und das irgendwie zu verändern, dann muss man immer ganz sicher sein, dass man damit auch nicht negative Effekte einhandelt. Gut, ich kann schon mal ankündigen, dass wir auf jeden Fall eine Folge zum Thema Milch, Kuhmilch, Pflanzenmilch, alles in Vorbereitung haben und dann werden wir das alles nochmal ganz ausführlich besprechen. Dann haben wir noch eine Frage von Claudia zum Thema Babyernährung. Sie sagt, sie hat das Buch Die Macht der ersten tausend Tage gelesen und das dazugehörige Kochbuch. Ihre Tochter ist jetzt viereinhalb Monate alt, wird gestillt und ab dem siebten Monat möchte sie mit Beikost anfangen und du hast offenbar empfohlen, das mit Brei zu beginnen. Das ist allerdings auch was, das habe ich vor 25 Jahren auch nicht anders gehört. Ich glaube, so fängt man halt üblicherweise an. Hat einen schicken Namen. Genau. Und sie sagt, allerdings wird die Baby-Let-Weaning-Bewegung immer größer. Ich hoffe, du weißt, was das ist. Und das hat aus ihrer Sicht diverse Vorteile, sodass sie sich nicht sicher ist, ob das vielleicht für das Baby besser ist bezüglich Nährstoffen und Prägung. Was ist das für eine Bewegung? Genau. Man muss immer wissen, was man dabei tut. Also ab dem siebten Monat ist das möglich. Drei-Brei-Mahlzeiten-Prinzip. Du kennst das auch aus deiner eigenen Geschichte schon mit deinen Kindern, deinen Söhnen. Also Gemüse-Kartoffel-Fleisch-Brei oder Milch-Getreide-Obst-Brei, das sind so die gängigen Varianten. Oder Milch-Freie-Getreide-Obst-Brei, das sind eben die Varianten, die man ab dem siebten Monat dann einführen kann. Wichtig ist natürlich, dass das Kind sitzen kann. Damit es sich nicht verschluckt oder was. Genau. Und das muss irgendwie auch schon klappen mit Hand zum Mund und schlucken. Da muss man sich ganz sicher sein. Das hat ein paar Vorteile. Das Kind isst, wie das ja auch normal sein sollte, isst mit der Familie zusammen. Das ist schön. Wenn es Brei ist oder diese Bewegung. Nein, also die Baby-Late-Weaning. Ach so. Also das Kind isst einfach mit. Das Kind isst mit und das ist eine stressfreie Gewöhnung an das familiäre Essen. Die Kinder mögen das auch, weil sie wollen eigentlich auch dabei sein. Viele sind neugierig, was die Eltern da so essen. Genau. Aber es ist nicht so richtig gut belegt. Das ist aber so mehr empirisch. Nachteile. Es kann sein, wenn man das nicht richtig macht, dass das Kind nicht genug Nahrung aufnimmt. Das ist wichtig. Und damit eben auch eine Unterernährung. Ja, das muss man im Auge behalten. Wenn das Kind halt selber mit dafür sorgt, dass es isst, muss man schon schauen, ist das in Ordnung? Kriegt es genug Essen? Kriegt es genug Ernährung? Und ist die Frage, verträgt es die Rohkost? Da ist ja auch dann Rohkost dabei. Das sind so die Sachen. Man muss es ausprobieren, muss gucken, passt das? Passt das zur Situation? Und dann auch gucken, hat es genug gegessen? Wenn es passt in die Familie, gut. Kann man das nicht kombinieren? Ich meine, das haben doch alle Kinder, sind doch neugierig, auch wenn sie erstmal nur Karotten preikriechen und komische Gläschen. Und dann willst du dann vielleicht auch mal die richtige gekochte Kartoffel am Tisch mitessen oder die Zucchini oder die Karotte. Das darf man nicht so streng sehen. Man muss es ausprobieren, funktioniert das? Und das Kind tatsächlich dann nicht nachher einfach halb gegessen ins Bett stecken. Ich bin ja sowieso ein großer Fan von nicht so sklavisch alles. Ja, genau. Also es ist die Frage, versuchen und parallel, das Kind muss, Ziel ist es, das Kind muss ordentlich ernährt werden. Okay, herzlichen Dank. Das Rezept. Verordnet von Dr. Riedel. Apropos ordentlich ernährt, wir wollen ja auch ordentlich ernährt werden. Hast du uns wieder ein schönes Rezept mitgebracht? Ja, das habe ich. Und zwar ein Rezept aus meinen 100 besten Rezepten. Was ich immer wieder höre auch, ist, dass die Menschen sagen, ich habe keine Zeit zu kochen. Deshalb esse ich ja Fertigprodukte. Und das ist jetzt wirklich etwas, wo ich mal sage, wenn ich abends nach Hause komme und ich habe eigentlich nichts vorbereitet, Da gibt es jetzt keine Ausrede, da muss ich jetzt nichts vom Schnellimbiss essen oder im Drive-in. Das hier ist, kann man sehen, Rührei nach griechischer Art. Und das Tolle ist eben dabei, dass man in so einem Rührei, erstens hat jeder ein Ei zu Hause. Sollte man. Sollte man, genau. Sollte man immer zu Hause haben. Wir reden hier über eine Zubereitungszeit von 10, 15 Minuten. Da ist Eiweiß dabei, was uns eben auch satt macht. Das ist wichtig, damit wir vom Fernsehen nicht auch noch wieder Schokolade essen. Also da sind vier Eier dabei hier für zwei Personen. Ein bisschen Milch oder Mineralwasser, das wird man haben. Frühlingszwiebeln habe ich auch, das ist meine Standardausstattung. Getrocknete Tomaten, vom Aroma her super. Die machen das, die bringen den Sommer auf den Teller, finde ich, im Herbst. Genau, die bringen den Sommer und mediterraner Geschmack und das Lycopin da drin, sehr, sehr, sehr hoch konzentriert. Und acht kleine schwarze oder auch grüne Oliven, Rapsöl, Pfeffer, Schafskäse, das kann man zu Hause haben. Das rührt man so schön an und hier nochmal das Bild. So sieht es dann aus. Ich komme jetzt schon in den Bereich, wo ich jetzt tatsächlich auch Hunger kriege. Ist lecker, ja. Die Familie isst das gerne, es ist schnell zubereitet. Also wer länger als zehn Minuten dafür braucht, der hat gebummelt. Darf ich eine Scheibe Vollkornbrot dazu essen? Ja, natürlich, genau. Das ist ja das Tolle. Und wenn man dann, das mache ich auch immer. Ich, das Rapsöl ist ja gesund, wir sollen ja auch gesundes Öl essen. Ich mache es immer, eine schöne Scheibe Vollkornbrot und da gieße ich dann das restliche Rapsöl drauf und dann kommt das da drauf. Dann isst man das zusammen, super satt machend. Wir haben dann Ballaststoffe, wir haben Gemüse dabei und Eiweiß macht uns wohlig zufrieden, liberal, großzügig. Der Abend kann beginnen. Und dazu trinke ich dann eine schöne Tasse schwarzen Tee. Genau, damit deine geistige Leistung gehalten bleibt. Genau. Aber Achtung, aber Achtung, verträgst du oft ein paar die aktivierenden Substanzen. Ich kann das abends trinken, ja, ja. Also bis halb zehn und dann könnte es kritisch werden. Aber so spät esse ich ja auch nicht. Ich könnte es nicht. Also dieses hier, das Ei enthält natürlich auch nochmal Tryptophan, die Aminosäure, fördert den Serotonin. Serotonin, also unseren Glückshormonspiegel. Oh, das können wir gebrauchen im Herbst. Genau, genau, genau. Und wir schlafen dann auch noch besser. Also, aber wenn man Tee verträgt, dann kann man das gerne auch mit Tee machen. Ja, also Rotwein mag ich sowieso nicht so gern und wir sollen ja unseren Alkoholkonsum reduzieren. Also gibt es einfach mal nur Wasser oder halt Tee. Und ihr macht das so, wie ihr das für richtig haltet. Genau, aber mit weniger Alkohol. Herzlichen Dank. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Und wenn euch das jetzt nicht gereicht habt an Tipps und Tricks, dann schaut auf myfooddoktor.de nach. Dort könnt ihr den kostenlosen Newsletter abonnieren oder die aktuelle Ausgabe der Isst dich gesund mit Dr. Riedel am Zeitungskiosk. Ja, und wenn Matthias schon so schön am Werben ist, ihr fragt ja immer, wo ihr das Rezept findet. Das findet ihr natürlich auch immer auf unserem Instagram-Kanal So geht gesunde Ernährung. Da findet ihr das Rezept, da findet ihr die Kochanleitung. Gibt also keine Ausreden. Jeder kann kochen und kann sich die Zeit nehmen. Guten Appetit. Ciao. Und für den Schnitt der heutigen Sendung danken wir wieder Heike Becker. Die nächste Folge vom Ernährungs-Doc hören Sie am Montag in zwei Wochen. Die nächste Folge vom Ernährungs-Doc hören Sie am Montag in zwei Wochen.